ARD Text im Auftrag von Funk 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 die gg der mhw heisenberg ausgenutzt wenn du jetzt zonen glück hast dann gg ich glaube das ist nicht gg auch wenn ich zonen glück habe so ohne armor und mit dem fast kaputten level 2 erheben nee das geht nicht er schaltet jeder ist er gewonnen werden auf dem body so nice das war der der wusste nicht woher es kommt aber jetzt hast du wieder armer voraussetzlich kommt er eben hin und zurück ne zu mir weg aber links noch einer der emmt dich ab naja aber springt naja der hat nur guckst du naja sag mal grouchst du? ja du solltest mal gas geben du musst dringend oh mein gott wie viel hast du jetzt? 18 ne gg mein rucksack ist voll ich hab mich einfach mehr erschrocken als Juli und Juli spielt ne 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 ne